Eingezwängt in die Ecke, in der ich sitze, reagiere ich auf jede Bewegung, die ich im Augenwinkel wahrnehme. Das leiseste Geräusch lässt mich zusammenzucken. Die Sekunden vergehen immer langsamer und stehen jetzt beinahe still. Ich weiß nicht, ob ich erst fünf Minuten hier sitze oder schon eine Stunde. Das Amtsgericht von Lund liegt mitten in der Stadt, schräg gegenüber vom Polizeipräsidium, einen Steinwurf vom Bahnhof entfernt. Ab und zu kommt man am Amtsgericht vorbei, aber die meisten Bewohner dieser Stadt setzen ihrem ganzen Leben nie einen Fuß hinein. Bis vor kurzem galt es auch für mich. Nun sitze ich auf einem Sofa vor dem Gerichtssaal 2. Auf dem Bildschirm vor mir ist zu lesen, dass gerade die Hauptverhandlung um einen Mordfall stattfindet. Meine Frau ist dort drinnen hinter der Tür, so nah und doch so weit entfernt. Bevor wir das Amtsgericht betraten und die Sicherheitskontrolle durchliefen, hatten wir draußen auf der Treppe gestanden und uns in den Arm genommen. Meine Frau drückte meine Hände so fest, dass sie zitterten und sagte, »Jetzt liege die Entscheidung nicht mehr in unserer Hand, sondern in der von anderen.« Dabei wissen wir beide, dass dies nicht ganz der Wahrheit entspricht. Als es im Lautsprecher knistert, wird mir schlecht. Ich höre meinen Namen, jetzt bin ich an der Reihe. Schwankend stehe ich auf und ein Justizwachtmeister öffnet mir die Tür. Der Gerichtssaal ist größer, als ich erwartet hatte. Meine Frau sitzt zwischen den anderen Zuhörern. Sie sieht müde und mitgenommen aus. Man merkt, dass sie geweint hat. Dann fällt mein Blick auf meine Tochter. Sie ist blass und magerer, als ich sie in Erinnerung hatte. Die Haare hängen in zerzausten Strähnen herab und sie sieht mich aus matten Augen an. Ich muss meine ganze Energie aufwenden, um nicht zu ihr zu laufen, sie in die Arme zu schließen und ihr zuzuflüstern, dass ihr Papa hier ist und sie nicht loslassen wird, bevor das alles vorbei ist. Der Richter begrüßt mich und ich habe gleich einen guten Eindruck von ihm. Da ich zu Angeklagten in einem engen verwandtschaftlichen Verhältnis stehe, darf ich keine Zeugenaussage unter Eid machen. Das Gericht muss bei meinen Aussagen berücksichtigen, dass die Angeklagte in diesem Verfahren meine Tochter ist. Das ist mir bewusst. Aber ich weiß auch, dass das Gericht aufgrund meiner Person und nicht zuletzt meines Berufs meine Aussagen für glaubwürdig erachten wird. Der Vorsitzende übergibt das Wort an den Strafverteidiger. Ich hole Tiefluft. Was ich jetzt sagen werde, wird das Leben zahlreicher Menschen viele Jahre lang beeinflussen. Was ich jetzt sagen werde, kann ausschlaggebend sein. Und ich habe noch immer nicht entschieden, was ich sagen werde.